heute die verschiedenen arten von leuten bei einem referat genau und darum geht ich werde so nichts vortragen können wenn der philip versucht die ganze zeit mich zum lachen zu bringen findest du was lustig findet ich habe nichts gemacht du hast so kleine eier stelle ich doch mal selber hier vorne hin das findet hier keiner lustig ich hab mir jetzt keine notizen gemacht und mein USB-Stick habe ich vergessen aber ich erzähle euch heute was von den physikalischen Ionen ja und insgesamt waren das 13 kolonien die da gekriegt haben das waren vor allem einmal die Spartionen aus dem Westen und das waren dann noch mal die anderen ja ich habe heute ein Referat vorbereitet zum Thema Muskelaufbau wie ihr seht bin ich ein Experte in diesem Gebiet und ja wenn ich mir hier so einige Leute anschaue dann sollten die vielleicht vor allem bei dem Thema ein bisschen besser zuhören wer hat die WM 2014 überhaupt gewonnen das hast du gar nicht gesagt das kann ich dir jetzt gerade gar nicht beantworten